Möglichst viel Himmel heute an Christi Himmelfahrt. Guten Morgen aus Frankfurt am Main. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Heute ist der Tag für die Sehnsucht nach Himmel. Christi Himmelfahrt. Der auferstandene Jesus wird vor den Augen seiner Jünger von einer Wolke empor gehoben, er bahnt für uns den Weg in den Himmel. Der Himmel steht offen. In der christlichen Kunst gibt es Bilder, da sieht man die Jünger mit offenem Mund in den Himmel starren und von Jesus sieht man aus der Wolke heraus starken nur noch die Füße. Wer das gemalt hat, tat es mit Heiterkeit. Und das ist Himmel, unendliche Heiterkeit. Das Schwere wird leicht, sodass man aufsteigen kann und fliegt. Eine meiner Hoffnungen für die, um die wir trauern, dass sie leicht geworden sind und in die unendliche Weite hineingehen. Und für uns hier auf Erden, Himmel auf Erden, euch heute Himmlisches, seid behütet. Und hier kommt die Silhouette von Frankfurt und der Sonnenaufgang für euch. Und hier kommt die Silhouette von Frankfurt und der Sonnenaufgang für euch. der Sonnenaufgang istülme ku und hier ist auch gesagt, anxiess Greenschampen,